Audible Studios präsentiert Creep von Philipp Winkler, gelesen von Nils Nellison. Liebe HörerInnen, dieser Titel enthält potenziell triggernde Inhalte zu den Themen Depression und Gewalt. Fanny Während die Naumanns den Esstisch für das Frühstück decken, schiebt Fanny die Tastatur bis auf den Standfuß ihres Primärmonitors, um Platz für die Rationsbeutel zu schaffen. Im Video-Wiedergabe-Feld des Video-Annotation-Tools hilft Mora ihren Eltern beim Tischstecken, legt drei rechteckig abgerundete Platzsätze aus Kork auf den Tisch. Ihr Okapi steht bereits am Kopfende. Der Tisch ist aus Vollholz und war Georgs Gesellenstück. Das hatte er auf Nachfrage mal FreundInnen erzählt, die zu einem Brettspielabend bei den Naumanns waren. Die FreundInnen fanden das beeindruckend, Fanny auch. Wenn auch bestimmt auf eine elementarere Weise. Bis auf Rechner hatte sie noch nie etwas Materielles gebaut. Und PC-Building ist ohnehin etwas anderes, als einen Tisch selbst zu schreinern. Man setzt vorgefertigte interoperable Komponenten unter den Hauptgesichtspunkten von Performance und Effizienz zusammen, anstatt etwas von Grund auf aus einem Basismaterial zu formen. Fanny holt die türkische 24-Hour-Civilian-Ration, Menüvariante 2, aus ihrem Rucksack. Im Gegensatz zu den Soldat-Innen-Rationen, die Fanny hauptsächlich nutzt, ist sie bunt in satten Farben gehalten. Das Foto eines, so schätzt Fanny, Sees in der Türkei, die Berge im Hintergrund, ist all over auf die Tüte gedruckt. Mit konzentrierter herauslugender Zungenspitze trägt Maura drei ineinander gestapelte Müsli-Schalen zum Tisch. Fanny sortiert die in silbernen Beuteln versiegelten Breakfast-Bestandteile aus dem Rationspaket. Vier Scheiben Lavaschbrot, Käsebällchen, Ajika-Soße und schwarze Oliven, nicht entkernt. Dazu ein Teebeutel Lipton Yellow Label und eine kleine Tube Honig. Mauras Mutter Uta tritt in den Frame der Kamera. Sie verknotet ihr ewig langes, dunkelbraunes Haar zu einem unordentlichen Dutt, bei dem Fanny immer an eine nicht näher definierte, widerspenstige Steppenpflanze denkt. Uta schiebt ein paar Prospekte auf dem Tisch zusammen und legt sie irgendwo außerhalb des Kamera-Frames hin. Als Fanny vorhin das Video-Annotation-Tool auf ihrem Arbeitscomputer geöffnet und sich sofort in den Account und die Indoor-Cam der Naumanns gelockt hatte, saß Georg schon mit seiner ersten Tasse Kaffee am Tisch und sah sich die Prospekte an. Soweit Fanny es erkennen konnte, handelte es sich um Prospekte verschiedener Fährunternehmen. Fanny konnte kleine, von Wasserblau dominierte Karten und die schwedische Flagge ausmachen. Jeden Spätsommer besuchen die Naumanns Georgs Eltern, die für ihren Ruhestand nach Schweden ausgewandert sind. Zumindest haben sie es die vergangenen zwei Sommer so gemacht. Fanny war vor etwas mehr als zwei Jahren auf die dreiköpfige Familie gestoßen, als sie nach Feierabend durch die KundInnen-Datenbank zappte. Fanny sah sie durch die bodentiefen Fenster hinter dem Esstisch. Uta und Georg tropften auf der Terrasse Pflanzen um. Sie konnte nicht hören, worüber sie sich unterhielten. Maura lief barfuß herum und verteilte mit einem ernsthaften Gesichtsausdruck überall Blumenerde, so als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Das war etwas anderes als die gewöhnliche Impulsivität von Kleinkindern, Kindern im Allgemeinen, die Fanny aus den Kamerafeeds und dem Real Life vom Sehen kannte. Mauras Eltern störten sich nicht an dem Schmutz. Sie sahen glücklich aus, lachten und machten den Eindruck zufriedenen Existierens ohne den Aftertaste von Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit. Das fand Fanny irgendwie sympathisch und war zu ihrer eigenen Überraschung gehuckt. Sie prägte sich den in der Bell-Datenbank eingetragenen Namen und die dazugehörige Adresse ein, sodass sie sie wiederfinden würde. Sie wohnen sogar hier in der Stadt, im Norden, nicht irgendwo sonst in Deutschland, in irgendeiner Random-Stadt. Auch wenn Lokalpatriotismus in Fannys Augen eine Form von Low-Key-Nationalismus ist, findet sie das sowas Ähnliches wie schön. Sie legt den Flameless Ration Heater auf den Boden des Heating-Bags, steckt den gesippten Trinkbeutel dazu und gießt 100 Milliliter Wasser in den Heating-Bag, um die Redoxreaktion des FRH auszulösen. Dann drückt sie die Adjika-Soße auf die runden Lavash-Scheiben und isst eine der öligen Oliven, während sie Maura dabei zusieht, wie sie die Knie voran auf ihren Stuhl am Tischende klettert. Uta bringt zwei Tassen Kaffee und ein Glas Orangensaft mit Fruchtfleisch für Maura. Georg rückt ihren Stuhl näher an den Tisch und schüttet Müsli aus einem zylinderförmigen Glasbehälter in ihre Schale.